An mich gewandt, sprach Gott, Zahid, kennst du Jesus? Ich antwortete, ja, himmlischer Vater, ich kenne ihn sehr gut. Gott sagte, doch ich lasse dich noch etwas anderes über ihn wissen. Als Individuum liebt er mich sehr. Er trennte sich von Luzifer, aber er liebte die Menschheit nicht mit gleichem Herzen. Deshalb müssen meine Kinder heute noch extrem auf Erden leiden. Hörst du mir zu, Zahid? Ich erwiderte, ja, natürlich, himmlischer Vater, ich folge dir aufmerksam. Gott fuhr daraufhin fort. Gib diese Wahrheit all denen, die sich mir nähern möchten. Mach keinen Unterschied zwischen mir und meinen Kindern. Verfluche sie nicht. Wenn du nur eines meiner Kinder liebst, kannst du mein Herz gewinnen. Hast du mich verstanden, Zahid? Ich antwortete, geliebter himmlischer Vater, diese Wahrheit ist bis in meine Knochen getrunken und ich werde es auch all die anderen wissen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr noch mehr solche wunderschönen Geheimnisse über Gott und auch über die Propheten wissen möchtet, dann könnt ihr auf www.kahn-verlag.de gehen und hier findet ihr das Buch »Die neue menschliche Ära – Gott offenbart sich der Menschheit als sichtbarer Gott« von Zahid Khan und viele weitere Bücher. Viel Spaß!